Busten Bremen noch ab 20 Grad. Der Wintertoe blaust von dort düchtig von der Südwestenkant. Mit inner dächte Schurböen. Wolken düster ist der Helben Oktokom Nacht. Das kann Jummerswälder schuren, wie Elbengrat. Mit der Welken und Dünnersdach geht das wieder mit Wolken. Den Regenschirm nicht vergetten. Aber von an gibt das was Nats von Borven, wie Sösteingraut. Oktot Welken innen, was das wäre nicht vielbäter. Der Sünn verkrüppt sich achter der Wolken und das blüft kühlig und natt. Das werden die Neur richten, ob Platt, Trächtmock und Föhrläst von Christiane Ehlers. Torhaupts der Täteum Katrin Martens. Und wir kommen zur Verkehrslage auf Bremen 1 um 10 Uhr und 34 Minuten. Da haben wir Meldungen für Bremen auf der Bürgermeistersnittbrücke. In Richtung Hauptbahnhof gibt es zwischen Bürgermeistersnittbrücke und Martins.